... deswegen in der Viertelstunde der Bayern ein Schlaubeer. Ein Bayern 1-Hörer will wissen, woher kommt denn der Spruch? Geh doch hin, wo der Pfeffer wächst. Ja Mensch, warum soll er denn da hingehen, wo der Pfeffer wächst? Der Schlaubeer wird uns gleich beraten. 15 Uhr, Bayern 1. Wer gut informiert mit den Nachrichten des Bayerischen Rundfunk? Die Themen. Griechische Übergangsregierung steht wohl fest. Merkel fordert von Italien weitere Reformen. 5%-Hürde bei Europawahl geht nicht mehr. Das Wetter, die leiten sonnig von Trüb. Griechenland wird noch heute... Sie fordern, Opfer von Zwangsehen müssten ein eigenes Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommen. Nur so seien sie vor der Abschiebung und der Rache der Täter sicher. Nach einer Studie gab es im Jahr 2008 mehr als drei Tage... 15 Uhr wird der scheidende Ministerpräsident Papandreou beim Staatschef erwartet, um den Weg für einen Neuanfang freizumachen. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Die künftige Regierung soll sicherstellen, dass Griechenland die mit EU und IWS vereinbarten Sparmaßnahmen umsetzt. Außerdem soll sie Neuwahlen vorbereiten. Bundeskanzlerin Merkel hat die Rücktrittsankündigung von Italien-Kinisterpräsident Stolosconi begrüßt. Gleichzeitig forderte die Italien auf, weitere Reformen zu machen.